Was heute passieren wird? Ja, Kino GS angesammelt, um uns hier an den Plan zu arbeiten. Und es reicht dann tatsächlich, dass wir den Angriff wagen können. Turn 1 ist jetzt unser. Wir müssen hier aufpassen, denn ich habe nicht so eine schöne Gap mit den Jungen. Nein! Nein, 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 nein. Das kann sehr verheerend sein. Mann, Box, 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 ihr habt's verkackt. Hamilton schon vorbei und das mit über drei Sekunden. Auch, ja, dass die waren vorher gar nicht vor mir. Und die sind jetzt alle vor mir. Und damit ein herzliches Willkommen in unserer F1-23, meine Teamkarriere mit Audi. Wir sind hier bereits in Season 3 und Mexiko. Ja, ich habe ein bisschen Angst vor dieser Strecke. Denn sie ist zwar ziemlich cool, aber sie hat halt alles das, was unser Auto nicht hat. Oder braucht halt alles das, was unser Auto nicht hat. Und ja, deswegen wird es eher so eine halbherzige Freude. 4,3 Kilometer, 17 Kurven, 3 DRS-Zonen machen es hier sehr überholbar, wenn man natürlich auch ein Auto hat, der schnell genug ist. Und das werden wir jetzt natürlich im Qualifying rausfinden. Abonniert unbedingt gern kostenlos den Channel. Lasst doch gern ein Däumchen da oben da. Und schaut euch gern auf Instagram und auf TikTok vorbei. Links wie immer alle unten in der Bio. Macht die 13k bei itz-tobi auf TikTok voll. Und wir starten direkt rein ins Qualifying. Letzte Kurve raus. Viel Schwung mitnehmen. Das ist wichtig. Unser erster Run hat uns auf den sechsten Platz gebracht. Wir haben noch knapp eine Minute oben rechts. Aber es wird dennoch unser finaler Run werden, weswegen ich auch ein bisschen zwickspalten bin. Denn wir sind Erster, die hier vorliegen. Und dahinter kann jeder sich nochmal verbessern. Erste Kurve war eher semi gut. Viel gerutscht nach Turn 1. Und ja, paar Zehntelchen konnten wir hier finden. Aber dennoch ruht im ersten Sektor. Ich weiß natürlich, wo wir die Zeit meistens liegen lassen. Und das ist im Stadion. Da bin ich übervorsichtig. Und da kann ich auf jeden Fall noch einiges in Zeit finden. Der Exit hier war traumhaft fast eine Zehntel gefunden. Jetzt geht es in diesen Mittelsektor. Hunderte Kurven. Nur nicht zu früh aufs Gas. Nur nicht zu spät. Und da lasse ich wieder wichtige Zehntel liegen. Und ja, der Exit immerhin hier aus dieser wichtigen Kurve war gut. Ruht auch im zweiten Sektor. Aber, 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 aber. Das große Aber ist natürlich hier im Stadion. Da liegt mindestens noch zwei bis drei Zehntel. Wenn ich mich nicht hier wieder verbremst hätte. Ja, das war nicht gerade die beste Runde. Exit muss sitzen. Sonst wird das keine Verbesserung. Ja, das geht auf jeden Fall besser. Und ich habe die Befürchtung, dass das auch besser gegangen wäre. Purple. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und vom Platz daneben startet George Russell. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast alle sind. abgeschlossen sind, wird es Zeit zur Strecke zu schalten. Soda la, es ist dann Platz 8 geworden. Das Gute für meine Verhältnisse ist, dass auch Carlos Sainz bzw. Leclerc nicht von weiter vorne starten. Und wir können hier viel, viel besser agieren. Und wie konnte Sainz so einen bombastischen Start mit seinen gelben Reifen haben? Und die anderen sind mit rot gestanden. Das ist mir teilweise echt ein Rätsel. Sainz ist hier echt gut vorbeigekommen. Wir sind hier jetzt gerade vierter Platz. Das wäre natürlich aktuell traumhaft. Denn wir hätten Leclerc hinter uns. Aber ich habe natürlich so ein bisschen, ich weiß natürlich auch, dass Leclerc im zweiten Stint wesentlich schneller sein wird. Mit seinen gelben, mit seinen roten Reifen im zweiten Stint dann. Wenn er es benutzt, wenn nicht, weiß, wäre natürlich traumhaft. Denn dann hätten wir selbst die Position gegen ihn gewonnen. Vierter Platz ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Nämlich finde ich es eher schlimm, dass wir nicht an Sainz hier, wir sollten eigentlich deutlich schneller als Sainz sein. Aber der zieht uns aktuell hier ein bisschen die Hosen aus. Ja, das ist interessant, dass der mit seinen gelben Reifen so schnell ist. Das hätte ich nicht für wahr gemacht. Gucken wir uns auch mal die Start-Replay an. Und hoffen wir, dass es am Anfang der nächsten Jahrhunde reichen wird. Und hier sehen wir auf jeden Fall, der McLaren auf P3 ist so unheimlich grottig gestartet. Und unser Teamkollüge von ganz hinten, der hat einen eben so schlechten Start und wir hier irgendwo getummeln damit. Aber ich wollte mir auch hier diesen besten, ja, Positionssache hier, die beste Positionierung aussuchen. Ich weiß, dass gerade hier Turn 3 immer schwierig ist. Denn wenn du hier einen dummen Exit hast, dann kommst du gleich neben die Strecke und so. Und das ist natürlich noch viel, viel schlechter. Wir sind jetzt hier Ende Runde Nummer 2. Und immer noch hinter Carlos Sainz Junior. Jetzt könnte es allerdings reichen, denn wir haben hier genug ES angesammelt, um uns hier an ihm dran zu arbeiten. Und es reicht dann tatsächlich, dass wir den Angriff wagen können. Turn 1 ist jetzt unser. Wir sind dritter Platz und das Podium wäre ein Traum. Ich glaube, dass wir die Jungs da vorne nicht einholen können. Denn sie sind in der ersten zwei Runde schon zwei Sekunden schneller gefahren. Also das wird vermutlich unmöglich werden. Aber dieser dritte Platz, der wäre natürlich wie gerufen. Wir haben eine gute Gap zu Sainz. Also beziehungsweise alles hinter Sainz. Das ist ein Bottas, der hat nur 1,4 Sekunden oder jetzt schon 1,4 Sekunden Rückstand. Und wenn wir die Pace ein bisschen aufrecht halten können, wäre das natürlich ein Traum. Wir kommen den Führenden nicht weg, das jetzt schon gar nicht richtig nach. Ich bin auch gar kein Fan von diesem Mittelsektor. Ihr seht es vermutlich auch, wie ich den hier fahre. Es ist nicht gerade meine Top-Strecke. Aber ich habe mir geschworen, dass ich die Strecke nicht rausnehmen möchte. Auch wenn ich hier vielleicht nicht gerade der Beste bin. Paar einen Führenden … Nöil��de und gerade dann einer von diesem Führenden Takee. оты aven die Zeit guckst Wrockn Es ist natürlich dumm, dass Sands wieder durchgeflutscht ist, aber wir müssen uns jetzt hier am Riemen reißen. Vielleicht könnte der Conte noch einmal funktionieren, aber auch Bottas, der wird nicht nachlassen. Leclerc hinter uns auch schon. Natürlich, jetzt beginnt so ein bisschen die Zeit, wo die Roten nicht mehr die besten Reifen sind, sondern die Gelben vermutlich. Ja, Mann, ja, ja, ja. Gut, ich kann mich jetzt doch hier nicht in Luft auflösen, aber ich glaube, das haben wir noch ordentlich gelöst. Auch wenn er, ich glaube, das war schon ein leichtes Moving Under Braking. Also, das war nicht gerade sauber von Sansi, aber ja, dazu schauen wir einfach mal. Das lassen wir uns auch mal. Das lasse ich einfach mal unkommentiert, denn ich weiß ja, ich bin auch nicht in jeder Situation der sauberste Fahrer, würde ich jetzt mal sagen. Weswegen, ja, ich lasse das jetzt mal unkommentiert. Sada la. Wir sind jetzt schon fast vier Sekunden von der Spitze weg. Also, da ist jegliche Chance auf den Sieg vorbei und ich würde eher mal sagen, dass ich mich auf die Hinterleute konzentrieren muss, denn ich habe einen schönen Konvoi anhängen, der Ferrari, McLaren, Ferrari, McLaren und auch ganz hinten noch Hamilton. Und da müssen wir eh aufpassen auf die Jungs da hinter uns, denn die werden nur auf einen kleinen Fehler oder auf einen größeren Fehler warten, dass sie an mich eher drankommt. Wir sind eine Sekunde aus dem Fenster draußen, zwölfte Runde, es hat sich nicht viel getan. Ich konnte mich ein bisschen absetzen von den Hintern, aber das ist wirklich auch rundensbechefisch. Also, wenn ich da wirklich einmal so einen kleinen Fehler mache oder einmal IAS zu lang oder zu kurz benutze, dann sind die gleich wieder dran. Also, das ist halt wirklich ein sehr hartes Rennen, was die Pace der Konkurrenz betrifft. Vorne sehe ich auf jeden Fall keine Chance mehr. Also, in zwölf Runden, 14 Sekunden, die fahren eine Sekunde schneller wie wir. Ich muss natürlich auch sagen, das liegt auch an diesen Überholen, Verteidigen und so weiter. Also, ist natürlich klar, dass ich da nicht immer eine perfekte Runde fahren kann. Max Verstappen geht in die Box rein und ich glaube, das ist jetzt auch für uns ein Zeichen, dass die Reifen sich dem Ende neigen und ich, ja, dann nehme ich die Stange mit, das ist natürlich dumm gelaufen. Aber ich werde auch hier jetzt in die Box gehen, denn ich möchte natürlich jetzt nicht zu viel Zeit verlieren und früher oder später werden jetzt auch dann bald die ersten Gelben reinkommen und ich muss gerade jetzt auch noch mehr aufpassen, denn ich habe nicht so eine schöne Gap wie die Jungen. Nein! Nein, 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 das kann sehr verheerend sein. Boter ist jetzt schon mal vorbei oder Stroll ist das. Der ist Gott sei Dank nicht auf den gleichen Reifen, aber, man, nein, nicht dieser, nein. Der Boxenstop, der hätte so gut laufen können, aber jetzt, jetzt sind wir richtig am Arsch. sorry für die wortwahl aber wir sind richtig richtig denn wenn jetzt die die direkonten also wenn die mit den gelben reifen jetzt direkt in die box reingehnt ich kann diese drei vier sekunden die ich da verloren habe nicht auf anhieb aufholen also das ist unheimlich unschaffbar zumal ich jetzt mal gegen stroll hier fighten muss der auch ein sauschnelles auto hat man box 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 ihr habt's verkackt hamilton schon vorbei und das mit über drei sekunden auch dass die waren vorher gar nicht vor mir und die sind jetzt alle vor mir das ist natürlich ganz bitter wenn es sowas passiert das darf nicht passieren das soll nicht passieren und ich verliere so ja alle klär auf die lehrer auf die china strategie el plan von ferrari das ist natürlich das spielt mir wieder in die karten aber ich muss mich ja unnormal hart gegen gegen strolly verteidigen das ist wirklich gar nicht mehr schön wie schlecht unser auto hier auf dieser ewig lange street ist erinnert mich echt ein bisschen an katar da hatten wir auch diese scheiß probleme mit der fehlenden pace und die ist jetzt ja genau wieder genau fehlt die wieder die pace und siebzehnte runde und es ist eher so ein bisschen wie sagt man schadensbegrenzung es ist der sechste platz aktuell wo wir liegen vor uns tut sich auch nichts mehr es ist zwar noch ein fight da vorne zwischen botters zwischen max glaube ich und auch zwischen irgendeinen dritten aber ja all in all glaube ich haben wir unsere chance vertan es ist so blöd gelaufen wirklich es hätte nicht schlechter sein können dieses timing der box dass die das verkacken man es ist einfach so schade das podium wäre ich cool gewesen das hätten wir uns glaube ich echt verdient gehabt nach seinem rennen ja ich weiß natürlich nicht dass ob wir das geschafft hätten vor uns ja gibt es einen richtigen fight die ganze zeit die verlieren jetzt wichtige zeit auf mich ja ich bin mir natürlich nicht sicher ob wir da profit schlagen können aber eins ist fix bot das hat gerade beide überholt gelb jetzt hinter uns da scheidet ein alpin williams keine ahnung irgendwas aus und vor uns geht es jetzt richtig ab lewis hamilton gegen peres da komme ich neben die strecke meine reifen sind natürlich auch deutlich älter wie die von den jungs davor mehr aber hamilton peres und botters machen hier sich ja ist aber noch kommt machen sich das hier jetzt untereinander so ein bisschen aus die kämpfen gegeneinander und wir müssen aktuell noch zuschauen weil ich knappe zwei sekunden nach hinten bin aber ich muss auch aufpassen denn land stroll hinter mir der wird ja den nächsten angriff fangen da bin ich mir nahezu sicher der exit aus der letzten kurve ist dazu verdammt wichtig jetzt hier volles risiko gehen in diesen erstes aber das reicht nicht zwei zehntel fehlen immer noch auf den louis er gönnt mir zwar ein bisschen tau aber ja der ist halt so minimal dass wir hier acht zehntel zu stroll das sollte dann doch glaube ich reichen um stroll jetzt mal hinten zu halten ich probiere eine neue strategie ähm ja bringt auch nichts kommt schon aus meiner rakete guckt euch das mal an wir können hier einmal kreuzen und das müssen wir auch leider denn es ist einfach unmöglich die hinten zu halten die sind alle mit dem tier ist so unfassbar schnell und ich hoffe dass wir jetzt die nächsten zwei runden endlich an die jungs da vor uns dran kommen denn es wird es wird es wird es wird eng mit strolly werden vier zehntel fehlen nur noch und ja da komme ich wieder neben die strecke es ist es wird es wird eng mit strolly werden vier zehntel fehlen nur noch und ja da komme ich wieder neben die strecke es ist es wird es wird eng mit strolly werden das ist aber wirklich so ich bin so auf letzter rille dass ich einfach nicht mehr hier richtig abdecken kann jetzt sind wir hier dran runde nummer 20 die gehen richtig in die offensive louis hamilton und auch peres die werden sich das nicht lange gefallen lassen da vorne gibt es das erste überholmanöver und nochmal überholmanöver und wir sind hier nur unkonkurrent und peres geht hier weit sehr sehr weit wir müssen uns hier irgendwie rein quetschen ich probiere mich hier ganz innen gut zu positionieren und wir sind jetzt hier mal an weitere motos vorbei ja da gehen wir auch weit mit potos selbst und ja ich glaube die chance haben wir vertan dass wir mehr jungs vorbeigehen peres ist so weit gegangen aber potos war der leidtragende ja dieser rutsche hier gar nicht gut gar gar nicht gut runde 12 da konnten wir uns noch einmal an die ferrari jungs vorbeischlingeln und ja was soll ich sagen das war eine richtig knappe situation hier und ich bin natürlich dankbar dass potos so ein bisschen ja der action reingebracht hat denn ich jetzt nie im leben der davor hingeschaut wenn die nicht miteinander gekämpft hätten unser abstand zum auto vor uns beträgt 3,1 sekunden so ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Und der nächste Fahrer drückt uns hier an, jetzt ist es nämlich Valtteri Bottas, der hier und Sargent draußen, das ist natürlich ganz bitter für Williams, aber guckt euch das mal an, wie der hier angeschossen kommt, einmal kreuzen wir hier und der geht links, was soll ich denn machen, Mann? Es ist einfach nicht normal, wie wir hier an Pace verlieren, es ist wirklich gar nicht normal und, ja, es ist einfach gar nicht schön. Hier haben wir noch einmal so einen Konter gegen einen, ja, gegen einen Willi, ja, gegen einen McLaren und da mussten wir richtig, richtig, hatten wir richtig Glück mit dem, hier mit Frugos, einmal noch der Angriff von Lance Troll und ich hoffe, dass es dann damit auch, ja, gegessen. Ich muss mich hier wirklich so hardcore verteidigen, denn es ist kaum möglich, gegen diese Hardcore-Konkurrenz irgendwas zu machen. Ja, einmal hier rüber, aber da ist es schon drin mit seiner Nase und jetzt geht es dann noch einmal in diesen tricky Mittelsektor. Ich bin so froh, dass die Ziellinie ganz weit unten ist von der Straight und wenn ich sage ganz weit unten, dann wirklich auch ganz weit unten. 1,5 Sekunden, jetzt haben sie abreißen lassen, aber sie wissen auch, es ist keine Chance mehr hier vorbeizugehen. Wir werden hier fünfter, es wäre das Podium drin gewesen, die Box zerstört uns so ein bisschen, den Traum vom Podium, aber ich kann jetzt auch nichts ändern. Es ist schade, denn es wäre wirklich, ich glaube, wir hätten es halt verdient gehabt, auf dieses Podium zu gelangen und, ja, kann man jetzt auch nichts ändern. Es ist schade, doch, ich gönne es euch miteinander. Red Bull ist der heutige Gewinner nach einer unglaublichen fahrerischen Leistung. In letzter Zeit hat Red Bull enorm zugelegt, um mit den anderen Teams mithalten zu können und es hat sich gelohnt. Zordala, so sieht nun das Endergebnis aus. Ja, ich glaube, Nori musste mit Strafen, also der ist von ganz hinten gestartet wegen Gritstrafen. Leclerc wird nur Achter, sprich, wir machen sechs Punkte gut auf ihn, hätten natürlich wesentlich mehr sein können, aber ich bin froh, dass wir dennoch hier gelandet sind. Nori wird 16 da, nur von 19 gestartet ist und, ja, Max gewinnt das Ganze, das hätte ich nicht geglaubt, aber, ja, Max und Russell, die hatten da sowieso eine eigene Liga. In der Weltmeisterschaft trennt uns nur noch ein Punkt von Charles Leclerc, den könnten wir wirklich ganz, ganz knapp noch werden. Ich freue mich auf die letzten paar Rennen hier in der Serie Season 3, denn ich glaube, wir können diese Season wirklich den ganz großen Kuh schaffen, den Weltmeistertitel. Es wäre, glaube ich, uns, ich glaube, ihr würdet es mir gönnen, oder? Es ist so lange her, dass wir irgendwas erreicht haben und, ja, ich freue mich, wenn wir dann vielleicht endlich, es wäre mal ein Sieg wieder schön, aber gerade der Weltmeistertitel, der ist nochmal was ganz anderes und wenn du da schon fast 70 Rennen dran arbeitest, würde ich mich echt freuen. Falls ihr auch noch gerne wollt, auch rüber ein Däumchen rum und auch gerne mal ein kostenloses Abo, schaut auf jeden Fall auch gerne auf Instagram, auf itudo-gmail und auch gerne auf TikTok, it's-tobi vorbei, macht die 13k Abos voll, unbedingt bitte, wenn ihr noch nicht habt und morgen geht es hier wieder weiter mit Formel 1 oder auch später noch auf TikTok, also bis dahin und ciao. Musik 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 Musik